Hallo, ich bin der Tiger und ihr seht mich hier gerade, denn ich hatte ein Bewerbungsgespräch bei F-ProTV und ich bin auch direkt angenommen worden und deswegen habe ich jetzt hier meine neue Show, sie heißt Team Tiger und da mache ich immer ganz viele witzige Sachen. Und manchmal brauche ich dazu meinen Kollegen hier, den Arschkriecher, zeig dich mal, komm mal her, komm her. Hallo, oh, Entschuldigung, meine Nase, sie juckt. Also, ja, also das ist er, ne, ganz toll und ja, ihr könnt euch auf echt coole und witzige Sachen freuen mit mir in dem Tiger, ne. Also, bis, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.